Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem Spiel Fishing Barency. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und Leute, ich hole gerade das letzte Netzreihen, bzw. die letzten Fische. Dann werden wir das Ganze auf... Moment, ich muss ja mal richtig hier klarkommen. Geht das so? Ja. Ne, ich hole die letzten Langlein rein, das wollte ich sagen. Und dann werden wir auf Netze umspannen, sozusagen auf Netze umbauen. Boah, das hat ganz schön lange gedauert, bis sie das gestapelt haben. Und jetzt werde ich aber mal eben hier ganz fix die Langlein reinholen. Bist du ja die Fische, mehr oder weniger, kann man ja sagen. Ja, und dann hoffentlich geht das fixer, weil die lernen ja auch mit der Zeit. Und Hamburger bedeuten übrigens, dass die noch effizienter arbeiten können. Noch mal so ein Boost, sozusagen. Und genau. Ich hoffe mal, dass das jetzt gut vorangeht. Und, jo. Ich glaube... Ja, ne, gutten wir das, gutten wir es nicht, ja. Ich muss erst sowieso mal gucken, wegen den Mitarbeitern, ob ich mir mal bessere kaufe. Weil irgendwie dauert mir das zu lange, wenn wir die arbeiten. Das dauert mir einfach... Ich weiß nicht, die kommen nicht vorwärts, so gefühlt. Die schillen nur. Müssen ja auf Massenproduktion gehen, Leute. Perfekt. 28% herrlich, Leute. So, Storage full. Sehr schön. Gut steckt Gerzefisch. Ähm. Machen wir selber. Ja, komm, machen wir selber eben. Ist ja kein Problem. Mehr oder weniger. Gucken wir mal, was wir da heute rausholen. Vielleicht auch ganz schnell. Mal gucken. So. Ja, das war jetzt ganz schnell. Ihr habt es ja auch letzte Folge gesehen. Es gibt jetzt... Es ist ja auch teilweise schon auf Englisch. Wie gesagt, es ist eine Preview-Version. Ähm. Was ihr seht. Bzw. Es ist teilweise schon auf Deutsch. So. Es war ja mal komplett auf Englisch. Dann gibt es schon ein bisschen... Eine deutsche Übersetzung. Zum Release gibt es dann eine komplette deutsche Übersetzung. So ist es geplant. Mein Gott, was mache ich gerade hier? Ich weiß nicht. Und was ich... Was ich euch zeigen wollte, ist gleich folgendes. Boah, ich habe kein drögees Händchen heute. Gibt es doch nicht. Ich führe es nicht schön. Na, da war jetzt ein bisschen ein Glücksspiel, glaube ich. Es war gar nichts. Es war gar nichts. Schöter. Läuft irgendwie gerade nicht. Es war wieder ganz gut. Verlassen wir mal. Was? Was? Was ist das denn jetzt hier? Okay. Jetzt kann ich euch hier unten auch was zeigen. So sieht das hier unten aus. Das ist gerade jetzt. Jetzt muss auch noch gestapelt werden. Ähm. Genau. Bitte helfen. Ne. Ich wollte euch zeigen folgendes. Hier steht ja kostenlos. Das heißt, wir können 27 Kilogramm, so verstehe ich das jetzt nicht, fair kaufen, weil wir halt, ja, fair gegattet haben, sozusagen. So verstehe ich das jetzt. Ich weiß aber auch nicht. Kann auch sein, dass ich jetzt kacke labere. So, Hauptsache, die beiden Girls kriegen das hin. Mein Gott, wir haben hier richtige Frauen hier angestellt. Hier müssen wir mal um Männer gehen. Richtig anpacken hier. So. Auf geht's, Leute. Wir müssen jetzt hier umbauen. Wir müssen mal vorwärts kommen. Ich will jetzt zumindest. Das Ding ist einfach. Ach, guck mal, ist jetzt auch gestapelt. Sehr schön. Das haben wir geschafft in der Zeit. Nice. Das heißt, wir können direkt verkaufen. Sehr schön. Wie viel sind das jetzt? 12.000. Okay. Gucken wir es doch mal. So. Kabeljau. Rotbar haben wir. Ob was. Ach, 200. Ja. So. 211. 211. 290. Ne, 200. Hä? Was ist das? Egal. Ähm. Gut. Jetzt geht es los, Leute. Wir rüsten um. Wir gehen auf Dock. Erstmal natürlich Treib. Zack. Treibstoff. Dann müssen wir auf Upgrades gehen. Und jetzt gucken wir doch mal. Wir gehen natürlich auf. Genau. Aus. Neh, mal. Neh, mal. Neh, mal. Value with time. Äh, 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 äh. Aus in die Maschine ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Nehmen wir auch mal mit. So, ich weiß nicht, wie teuer die Netze sind. Äh. Ne, ich wollte auf Geschmack gehen. Genau. 165 Meter. Wie viel hatten wir da noch? Also. Ich weiß es nicht. Wie viel sollen wir da mal nehmen? Eins. Zwei, drei. Komm, wir nehmen drei Stück. Sollte. Oder vier. Komm, wir nehmen vier Stück. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ähm. Okay. Das ist ganz gut. Und jetzt können wir mal gucken, wo wir die am besten auslegen. So. Können wir auch mal nach oben fahren. Das wäre jetzt kein Problem. Können wir auch unterschiedlich auslegen, ne? Lass uns mal nach Kabeljau suchen, erst mal. Kabeljau, Leute. Kabeljau. Ja, Kabeljau können wir da auch machen, eigentlich. Polak brauchen wir das. Polak haben wir da. Genau. Dann lasst uns das so machen. Wir werden erst mal. Polak ist, ne? Ihr wisst es noch. Selaks. Richtig. Zack. Genau. Wir werden erst Polak. Dann Kabeljau. Also wie gesagt, es ist noch echt vermischte Übersetzung hier gerade. Ähm. Und deswegen. Das ist wohl, ich komme auch schon durcheinander. Manchmal lese ich deutsche Sprüche vor, wie zum Beispiel Schnellfisch, Rotbarsch. Auf einmal steht da Polak zwischen und so weiter. Also. Ja. Wir gehen auf verlassen. So. Und dann können wir erst mal fischen gehen. Das werden wir jetzt machen. Dann müssen wir gucken, dass die erst mal lernen, auch zu kochen. Weil wir müssen ja möglichst alle Fähigkeiten. Äh. Ne. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du kochst. Und du isst. Vielleicht du auch. Hier so. Aber du rufst die erst mal aus. Du möchtest auch gar nichts essen. Okay. Ähm. Okay. 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 Möglichst alle Fähigkeiten erlernen. So. Wir gehen auf Fast Travel. Let's go, Leute. Wir werden so ein bisschen nach da gehen. Und dann werden wir gleich nochmal auf die Karte gucken, ob wir richtig ausgelegt sind. Da haben wir nämlich eine. Jetzt auch eine. Ja. Ne. Ähm. Ja. Findet ihr das Wort? Eine Maschine, die zerlegt. Also keine Mitarbeiter mehr. Die können dann nämlich auf Stacking konzentrieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen effizienter, was wir da machen. Und wir müssen daran denken, dass wir genug Geld im Monat haben. Und, was wichtig ist, wir müssen daran denken, dass wir gerade das Netz auslegen. Das auch. Wir müssen daran denken. Dass wir, was soll ich jetzt sagen? Boah. Kennt ihr das? Wenn man so alles im Kopf hat, möglichst. Oh Gott. Hilfe. Wir müssen daran denken, dass wir halt schon immer pünktlich abliefern, weil wir ja noch keine Gefriertruhe haben, sozusagen. Okay, das ist, glaube ich, jetzt auch kein Bug mehr mit den Netzen. Sieht schon mal ganz gut aus. Sehr gut. Das haben wir hinbekommen. Dann werden wir weitergucken. Nein, ist jetzt nicht optimal gelegt. Kabeljau, ne? Wir werden Kabeljau da auslegen. Ah, genau. Das habe ich daran denken. Das habe ich gesagt. Daran müssen wir denken. Michael, was ist los heute? Wir müssen nämlich Kredit noch zahlen. Also raten. Und das müssen wir unbedingt bedenken. Unbedingt. Was ist hier los? Möchtest du passend wieder in den Mitteln sein? Wäre sehr cool. So. Aber wir können sogar beide die Netze fischen, ne? Ist ja krass. Das wäre möglich. Wäre eigentlich ganz cool, ne? Wollen wir das mal machen? Dann können wir mal zugucken. Wir gucken einfach mal zu. Lassen die Mitarbeiter machen, ne? So. Das haben wir auch gemacht. Jetzt gucken wir mal, was noch so geht. Oha. Pollock wäre da, ne? Krass. Sieht alles nicht so doll aus. Auch nicht. Das heißt, wir müssen nochmal Seelachs. Nochmal auf Seelachs, Leute. Ist ja cool. Ich glaube, das lohnt sich dann. Genau. Perfekt. Äh. Jetzt habe ich die alle gelöscht. Auch nicht schlecht. So. Und dann kann ich schon wieder was essen. Ne, geht nicht. Wir arbeiten Tag und Nacht einfach mal. Ich bin echt gespannt mit der, äh, Zerlegungsmaschine. Wie das klappt. Hoffentlich geht das besser. Also werden die erst natürlich netz fischen lassen und dann werden wir die stacken lassen. Beziehungsweise, ach ne, einer muss sowieso an der Gut-Maschine sein, ne? Sehe ich gerade. Geht das parallel eigentlich? Geht das schon wohl so parallel? Okay. Dann werde ich das nämlich so machen, dass die... Gattet. Bisschen mehr werden wir die Maschine dann lassen, dann kann ich das auch machen, ne? Hm, mal schauen. Äh. Ja, okay. Sehr schön, ne? Das haben wir auch. Fünf Stunden. Sehe ich eigentlich die Zeit, wenn ich rüber... Ne, jetzt mal, komm mal, ne, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Okay. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Ansonsten... Ansonsten... Oh, da oben haben wir eine Rotbarsch, Leute. Da können wir auch ein Netz... Also was ist so viel Stunden jetzt? Dann sind die anderen, ich glaube, hinüber. Da hätten wir nochmal Rotbarsch. Brauchen wir da nochmal ein Rotbarsch-Ding aus? Ja, komm. Travel me more fast. So, dann haben wir nämlich alle ausgelegt. Dann geht das hier vorwärts. Ja, selber fahren tun wir halt nichts, muss man ja auch nochmal sagen, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Diese Funktion ist einfach so... Ja, ist einfach schnell gemacht und es ist einfach irgendwie trotzdem interessant. Für mich zumindest. Ich hoffe für euch auch. Diese Schnellreise-Funktion. Ja, ich sag mal, gefühlte 10 Meter fährt man ja, muss man ja fahren, damit man... ...vom Hafen wegkommt, dass man dann schnell reisen kann. Aber, ja. So, jetzt überlege ich gerade, wie ich es am besten mache. Du bleibst am besten da. Und einer muss am... Und einer muss am... Wie sieht es denn aus mit Netzfischen? Oh Gott. Ist auch nicht so der Buller, ne? Ich glaube, bei Netz einholen müssen hier zwei sein, aber wie verstehe ich das? Okay. Gucken wir mal, wie weit das ist. Jetzt ist es bei 13 Stunden. Wir müssen noch ein bisschen... Ja, das ist perfekt. Sehr schön. Jetzt gucke ich doch mal, ob das geht mit einer Person. Oder... Wie das aussieht. Aber ich denke, ich weiß es nicht. Ich meine, das Boot konnte ich auch mit einer, oder? Ist doch nicht so. 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 Nein, aber ich werde es schon fehl. Äh, 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 äh. Nur mal. Ich würde ihm mal weiter da hin. So, jetzt gucken wir doch mal. Netz einholen, Netz einholen. Ich sehe nur eine. Die andere steht da. Ah, okay. Ne, ich denke mal, das würden wir auch zu zweit hinbekommen. Also, dass ich, äh, mit auch das Netz einhole. Jetzt hat die Frage, wie lange... Brauchen die? Kostenlos 30, okay. Bin ich mal gespannt. Storage full, frischer Fisch, okay. Ach so, kostenlos bedeutet, glaube ich, frei. Ja, ich glaube, ich habe das ver... Ach so. Ich glaube, ich habe das falsch erklärt. Okay. Äh, so, und jetzt... Bin ich mal gespannt. Wenn ich das jetzt frisch ausnehmen mache... Hä? Ich will das nur mit einer Maschine machen. Ne, ne, verlassen. Machen wir uns mal anders. Bitte, Christine. Your task. Gucken wir mal. Jetzt ist full hier, ne? Müssen wir mal schauen. Oh, das ist, wenn ich... Ich glaube, das... Das ist es. Äh. 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 Ich bin nicht sicher, ob wir das so hinbekommen. Ich glaube, ich muss das selber nochmal gatten. Ich werde das selber gatten. Aber das nützt nichts. Aber das ist ja... Muss ich das ja auch bei Hand machen, oder? Wie das aussieht. Das will ich ja gar nicht. Warum ist das auch so komisch hier? Auf einmal... Ne, das will ich nicht. Ich will das... Ich dachte, ich kann das auch mit der Maschine da machen. Und das ist ja jetzt kacke. Wenn ich jetzt ein Fast Travel mache, wie schnell sind die? Victoria ist so erschöpft, um zu arbeiten. Ja, ne, oder? Ist aber nicht euer Ernst. Wie sieht's denn da aus? Victoria, Victoria, man. Das ist ein... Das ist ein Burger. Das ist das Stecken. Oh man, das ist ja... Gar nicht mal so cool. So. Ausgenommener Fisch. Das ist top. Das ist sehr schnell gemacht. Das heißt... Ja, das heißt bitte... Stack das. Weil wenn die zu... Langsam ist... Machen wir ein Problem. Oh man, das ist natürlich jetzt richtig... Das ist richtig blöd gelaufen. Also wir brauchen am besten noch mehr Mitarbeiter. Hier werden wir... Boah. Ich glaube, wir haben jetzt so viele Netze. Gucken wir mal. Die ist ja überhaupt nicht schnell, ne? Kann die nicht helfen? Ist das nicht möglich irgendwie? Brauchen mehr Storage, Leute. Gucken wir mal eben hier, was wir da upgraden können. schon. 330.000. Das werden wir auch mal nehmen. Aber mehr ist momentan nicht drin. Tja, das ist wieder das gleiche Problem, wie was wir auch hatten. Wir sind einfach zu langsam. Wo brauchen wir noch mal Mitarbeiter? Das wäre am besten. Tja. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Bei diesem Spiel kann man auch gut ausprobieren. Und wir werden dann in der nächsten Folge mal schauen, was wir machen werden. Ob ich noch einen Mitarbeiter einstelle? Ich vermute fast. Ich vermute es fast. Ich vermute es fast. Weil Einfrieden ist ja auch nicht schlecht, ne? Wäre ganz cool. Ja. 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 Liebe Leute. Ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ja. 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 Ja.